KuchenTV hat ein neues Video gegen Shuyoka rausgehauen mit dem Titel Die ekelhaften Lügen und Hetze von Shuyoka. Kuchen Talks 907. Naja, und ich würde sagen, das schauen wir uns mal an. Und wir schauen uns mal an, wie er Shuyokas Agitation genau widerlegt. Jo, Freunde der Lügen. Shuyoka hat in zwei Streams mal wieder super lange über uns geredet, gelogen, gehetzt und einfach nur Müll erzählt. Und aus dem Grund bin ich jetzt auch einfach auf Twitch gesperrt. Sie hat nämlich gefühlt 500 Tweets gemacht, wo sie Twitch markiert hat, nachdem sie mich schon meldete. Was jetzt dafür gesorgt hat, dass Twitch anscheinend erstmal eingebrochen ist und mich von der Plattform gesperrt hat. Ist ja auch die deutlich bessere Möglichkeit, als selbstkritisch zu seinen Fehlern zu stehen. Nachdem ich auf Twitch gesperrt worden bin, habe ich... Also das ist hier jetzt sehr besorgniserregend. Ein amerikanischer Digitalkonzern, nämlich Amazon, entscheidet einfach darüber, was in Deutschland gesagt werden darf und was nicht gesagt werden darf. Okay, KuchenTV hat jetzt das Glück, dass er einen sehr großen YouTube-Kanal hat. Aber stellt euch mal vor, er hätte diesen YouTube-Kanal nicht oder YouTube würde ihn auch noch sperren. Also dann wäre er aus der Öffentlichkeit weitestgehend verbannt. Er könnte sich vielleicht noch auf Twitter äußern, aber das ist ja nicht vergleichbar, erstmal nicht vergleichbar mit der Reichweite, die er auf Twitch und YouTube erreicht. Und andererseits ist das Format, was man auf Twitter hat, nämlich einfach nur Kurznachrichten, ja nicht vergleichbar mit dem, was man in einem YouTube-Video auf die Beine stellen kann. Natürlich angefangen bei YouTube zu streamen. Auch das hat Shuyoka nicht ganz so gut gefallen, weswegen sie in den nächsten Tweets dann direkt YouTube markiert hat, in der Hoffnung, dass die mich da anscheinend auch... Ja, es ist unfassbar, es ist unfassbar. Ihr seht es hier, KuchenTV ist auf Twitch gesandt. Keine zwei Minuten später wird öffentlich gemacht, dass jetzt gegen Twitch geklagt wird und ein neuer Ort zum Stream gesucht. Es ist wichtig, dass YouTube, ihr seht es natürlich getaggt, jetzt dort nicht einen weiteren Hate-Stream ermöglicht. Bitte bleibt laut. Also es ist komplett irre. Wenn jemand Shuyoka kritisiert, dann ist das ein Hate-Stream und ihm muss die Meinungsfreiheit weggenommen werden. Also er darf sich nicht mehr öffentlich äußern. Das ist die Forderung hier. Also das ist schon eine Art von Demokratiefeindlichkeit, die einen eigentlich fassungslos machen kann. Die Plattform. Überlegt mal, wie krank das einfach ist. Das, meine Freunde, ist... Ja, es ist demokratiefeindlich und das muss man auch ganz klar so benennen. Es ist gegen die Meinungsfreiheit gerichtet. Die Känze Kajscher. Ich gehe natürlich rechtlich dagegen vor. Bis ich entsperrt bin, streame ich allerdings auf Guren.de vorankert. Also wer Bock hat, kann da gerne mal vorbeigucken. Wie krank Shuyoka momentan unterwegs ist, sieht man unter anderem auch an folgenden Post. Da stellt sie nämlich die Frage, ob Monte sie klatschen möchte, weil dieser im Stream geschrieben hat, dann lass uns doch mal privat reden und uns die Hände reichen. Ja, das ist offensichtlich eine Androhung von Gewalt. Da geht es nicht darum, privat zu sprechen und sich die Hände zu reichen, also sich zu vertragen, sondern offensichtlich möchte er dich schlagen. Habe ich auch so verstanden. Auf jeden Fall kommen diese Woche jetzt zwei Videos zur Shuyoka, weil sie halt auch in zwei Streams über mich gesprochen hat. Hier kümmern wir uns mal um den ersten Stream. Gut und richtig. Man muss über die Hetze von Shuyoka aufklären. Man muss, ja, dagegen agitieren. Also das geht gar nicht, dass hier jemand versucht, den freien Diskurs zu zerstören. Die Känze Kajscher ist ein riesiges Problem in diesem Land. Das sehen wir jetzt auch noch bei politisch wesentlich relevanteren Bereichen als Twitch-Beefs. Aber ja, das ist definitiv etwas, was auf jeden Fall bekämpft gehört, diese elendige Känze Kajscher. Und das Beste ist, sie stellt folgende Frage. Dass mir konkret gesagt wird, ein konkretes Beispiel dafür gegeben wird, wo ich denn was Falsches gesagt habe. Okay, du möchtest also wissen, was du alles so falsch gemacht hast. Naja, dann können wir ja direkt mal starten, oder? Könnt ihr euch erinnern, als eine andere Influencerin auf der Gamescom erzählt hat, dass sie belästigt wurde und von sexueller Belästigung gesprochen hat? Ratet mal, welche männlichen Influencer... Ah, das hatten wir in der letzten Reaktion schon. Das ist ein Fall, wo das, was Shuyuka hier erzählt, nicht stimmt. ...unter ihren Beiträgen gekämpft haben und versucht haben, sie über Tage dazu zu nötigen, den Namen öffentlich zu machen von dem Typen, der sie sexuell belästigt hat. Damit meint sie diesen Tweet hier von Phoebe, wo sie auf der Gamescom gepostet hat, dass sie sexuell belästigt worden ist. Und wir können ja einfach mal gucken, was ich dazu geschrieben habe. Gib Name, ich kläre das. Es werden Karrieren beendet und Ehre entwendet. Dir aber alles Gute, sowas geht gar nicht. Das bedeutet für Shuyuka, darunter campen und sie nötigen, den Namen zu verraten. Da kein anderer Influencer, mit dem sie momentan irgendwie im Streit ist, darunter kommentiert hat, und das auch die einzige Antwort war, die ich überhaupt darunter gegeben habe, kann sie halt nur diesen Tweet gemeint haben. Überleg mal, wie krass sie da irgendwas reininterpretiert, um negativ gegen mich reden zu können. Aber wie findet das Shuyuka eigentlich, wenn sie aus dem Kontext geschnitten wird? Weil teilweise einfach Sätze genommen wurden und anders... Ach, ich hab's gerade beschleunigt, weil wir es letztes Mal schon mal hatten. Deswegen, ja, gehe ich darauf jetzt nicht nochmal einzeln ein. ... zusammengeschnitten wurden oder aus komplett anderem Kontext genommen wurden und sich die Person einfach hingestellt hat und behauptet hat, ich würde über sie reden, obwohl es halt nicht der Fall war und die Leute glauben es. Ja, das ist natürlich ganz schlimm. Aber wenn bei mir einfach irgendwie gelogen wird, weil ein Tweet bedeutet ja campen und ich hätte sie dazu genötigt, dann ist das natürlich wieder absolut in Ordnung. Ja, diese Walkisten lieben so eine drastische Sprache. Also, wenn sie Kritik bekommen, dann ist das Mobbing, Mötigung. Ja, wenn jemand sagt, lass uns die Hände reichen, dann will derjenige ihnen natürlich Gewalt antun. Denn, wie wir wissen, Walkisten sind immer davon bedroht, dass ihnen jeder, mit dem sie zu tun haben, gleich, ja, mit Gewalt begegnet. Also, ja, in so einer Welt leben diese Leute entweder, also sie sind so von ihrer eigenen, ja, Ideologie eingenommen, dass sie denken, sie wären Widerstandskämpfer gegen diese, ja, Mehrheitsgesellschaft, die ihnen Gewalt antun wolle. Oder, ja, sie nutzen das als billigen, ja, billigen Krieg im Diskurs, um die Gegenseite zum Schweigen zu bringen. Und bei Shuyoka da glaube ich eher Letzteres. Ich meine, Montana Black hat das lustigerweise nicht so gesehen. Er hat das bei Shuyoka ja so kommentiert, da kracht es ja gewaltig, ohne genau darauf einzugehen, wie er das jetzt meinte. Also das hier. Obwohl, er hat sogar gesagt, dass er da juristisch gegen vorgehen würde, was natürlich, ja, absolut nicht falsch ist. Ich meine, Lügen über andere Leute zu verbreiten, ist halt in Deutschland verboten. So etwas ist Verleumdung, beziehungsweise üble Nachrede. Also, da hat man natürlich das Recht, juristisch gegen vorzugehen. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass jemand so obszessiv mit mir sein kann, dass er einfach ein Jahr lang Videos zu mir macht, alle drei Wochen, und sein ganzes Leben nach mir abstimmt und so eine Fixierung auf eine Frau hat, mit der er nichts privat zu tun hat und nie zu tun hat. Es lässt sich sehr gut erklären, was Shuyoka gerade macht. Das ist Projektion. Also, sie redet andauernd über andere Influencer, verbreitet Lügen über sie, hetzt gegen sie, will sie sogar canceln. Also, wie obsessiv sie das auf Twitter gemacht hat. Da hatte ich mal auf meinem Kanal letztens schon ein Video veröffentlicht, wo ich das auch gezeigt habe. Also, ihr Twitter-Verlauf ist ja wirklich, ja, der ist wirklich anders wild. Schaut euch das an. Das ist nicht mehr normal, was die Frau auf Twitter schreibt. Naja, aber wenn andere Leute sie dann dafür kritisieren, dann sind diese Leute obsessiv. Nicht sie selber, die halt Lügen verbreitet, die anderen Leute sogar vom freien Diskurs ausschließen, ist obsessiv, sondern die anderen Leute, die ihr Verhalten einfach nur kritisieren. ...tun haben wird, also... Was hat das Ganze damit zu tun, dass du eine Frau bist? Ich verstehe es halt nach elf Monaten immer noch nicht und sie kann mir das Ganze auch nicht erklären. Ganz einfach, ich kann es erklären. Frauen sind bei den Walkisten eine gesellschaftliche Opfergruppe. Ich meine, die Walkisten, die machen nichts anderes, als sich Opfergruppen zu definieren und Frauen sind halt so eine Opfergruppe und deswegen hat Shuyoka, wenn sie gegen dich diskutiert, automatisch recht, dann ist sie automatisch das Opfer und du hast ihr gefälligst nichts zu sagen. Also das ist diese kranke Ideologie. So denken diese Leute. Und deswegen, da sollte man sich natürlich auf jeden Fall dagegenstellen. Das hat im gesunden Menschenverstand gar nichts mehr zu tun. Aber ja, es ist halt die Ideologie von Leuten wie Shuyoka. Dazu bin ich auch nicht obsessiv zu dir. Bruder, ich mache einfach Videos zu Themen, die sich aktuell gut klicken und diese Walkbubble-Thematik hat schon immer gute Aufrufe gegeben. Und natürlich nehme ich dann die Vorlagen mit, die ich mitnehmen kann. Egal ob Young Felt Salat, Dara oder halt eine Shuyoka. Genau das gleiche, was ich jetzt mit Shuyoka mache, habe ich auch damals über Marcellus Wallace gemacht. Das war komischerweise aber kein Problem. Ist ja aber auch ein weißer heterosexueller Cis-Mann, ne? Inwiefern ich mein ganzes Leben nach dir richte, das würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Denn ich habe seitdem genauso viele Videos in genau dem gleichen Abstand gemacht wie vorher. Und ich habe, glaube ich, in den letzten sechs Monaten genau zwei Streams von dir geguckt. Und das war diese Woche, als du zweimal über mich gesprochen hast. Also, drei Lügen in einer einzigen Aussage, Shuyoka. Aber du willst ja sowieso auf Kritik eingehen. Also kommt dir das ja eigentlich ganz recht, oder nicht? Welcher andere Influencer wurde elf Monate lang angefeindet, weil er einen Preis gewonnen hat? Woher nimmst du die Info? Es würde über den Preis gehen. Bruder, ich habe das genau in einem Cake-News erwähnt und in einem Video zu Dekadent. Seitdem interessiert sich wirklich niemand mehr für diesen Preis. Auch das interpretiert sie einfach rein, damit sie gar nicht erst auf Kritik eingehen muss, sondern einfach irgendeinen dummen Grund vorschieben kann. Und auch das ist eine Lüge, Shuyoka. Aber wenn du das so genau weißt, dann kannst du es uns ja einfach mal belegen. Wo über mich gemauert wird und die Kommentare darunter voll sind... Ja, eine direkte Lüge ist es nicht. Es wurde ja schon dieser Preisvergabe kritisiert, nämlich dass Shuyoka diesen Preis bekommen hat. Aber ja, ist jetzt kein Punkt, den ich so groß hier ins Video packen wollte. Da hätte ich mich eher auf andere Dinge konzentriert. Einmal auf diese woke-Ideologie, dieses Unterteilen der Gesellschaft in Opfergruppen und zum anderen auf die Meinungsfreiheit und die allgemeinen Auswirkungen der Cancel Culture. Aber ja, man kann es natürlich auch so machen, immer die einzelnen Aussagen von Shuyoka durchgehen, damit jeder weiteren Aussage wirkt sie eigentlich immer lächerlicher. Ihr seht selber, was die Frau hier erzählt. Mit, oh mein Gott, die gehört vergewaltigt, die braucht mal einen Schwanz, die gehört mal getötet. Und weißt du, worum es in dem Video geht? Um zwei andere Leute. Auch das ist halt einfach nachweislich gelogen. Ich habe in meiner YouTube-Kommentarsektion einfach mal nach den Wörtern Vergenusswürzelung und die Einzahl von Cocktail gesucht. Und es gibt halt wirklich keinen einzigen Kommentar, wo sowas jemand überschüttet. Ja, YouTube löscht automatisch Kommentare. Das heißt, ob es, Mist, jetzt habe ich schon zweimal gesagt, das sind jetzt keine direkten, es müssen nicht unbedingt Lügen von Shuyoka sein. Also sehr wahrscheinlich, dass sie sich das ausgedacht hat, wie sie viele Dinge ausdenkt. Aber man kann es jetzt nicht 100% beweisen, weil dadurch einfach, dadurch, dass man die YouTube-Kommentare durchsucht, da YouTube manchmal automatisch Kommentare löscht. Shuyoka geschrieben hat. Gut, das gebe ich zu. Ich kann jetzt natürlich keine 10.000 Kommentare oder sowas durchgehen. Aber das kommt nicht in einer Häufigkeit vor, die du hier beschrieben hast. Mag sein, dass das mal irgendein Idiot gepostet hat, aber auch das nutzt sie wieder, um sich vor der Kritik zu entziehen, weil sie dann sagen kann, Ja, selbstverständlich will sich jetzt Opfer inszenieren. Das ist der Kern dieser Walken-Ideologie. Die Opfer sollen die neuen Herren sein. Deswegen muss man als das größtmögliche Opfer erscheinen, was es überhaupt gibt. Also das gibt in dieser Walken-Ideologie ja recht. Boah, die hetzen ja alle so mies in den Kommentaren gegen mich. Da muss ich gar nicht drauf eingehen. Aber wenn das so oft unter den Kommentaren passiert, dann guckt doch mal live im Stream unter die Kommentare. Ich habe auch nichts gelöscht oder entfernt. Und dann zeigt die uns doch einfach mal. Ist doch einfach, oder nicht? Es wurde nicht nur monatelang über meinen Ausschnitt gesprochen. Der besagte journalistische YouTuber hat auch einen Haufen Clips, wo er einfach nur mit der Maus in meinen Livestreams meine Nippel fängt. In seinem Livestream. Und Witze darüber macht, dass man meine Nippel durch mein T-Shirt durchsieht. Ja, aber es hat nichts mit Antifeminismus oder mit Frauenhass zu tun. Nein. Einen Haufen Clips, Shoyoka? Nein, auch das ist nachweislich eine Lüge. Es gibt genau einen Clip, wo ich das mal aus Spaß gemacht habe. Das war in irgendeiner Reaction. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mal gefunden. Mich würde echt interessieren, wie du auf einen Haufen Clips kommst, weil ich das nur ein einziges Mal in meinem gesamten Leben gemacht habe. Aber auch hier wieder, Shoyoka. Auch hier wieder geht sie halt nicht auf die Argumente ein. Also ja, jetzt kann man fragen, ob man in einem Stream auf Äußerlichkeiten eingehen muss. Kann man echt fragen. Ist jetzt inhaltlich nicht sonderlich konstruktiv. Aber dass Shoyoka ausgerechnet das aufgreift. Anstatt auf die inhaltlichen Punkte von KuchenTV reinzugehen, zeigt halt wieder, dass sie nicht an einer inhaltlichen Diskussion interessiert ist. Du wirst ja wahrscheinlich sagen, dass es ja gar nicht gelogen ist. Deswegen zeig uns doch diese Haufen Clips einfach mal. Im Stream hat sie auch gesagt, dass sie sich jeden Tweet, jeden Clip und alles speichert. Das heißt, es müsste ja irgendeinen Ordner geben, wo diese Haufen Clips drin sind. Wäre ja easy, wenn du die zumindest mal bei Twitter postest, weil ich würde die tatsächlich auch sehr gerne mal sehen. Also, dass ich das gemacht habe, nicht deine Nippel. Stundenlang im Stream darüber zu fantasieren, ob ich attraktiv genug bin, um mit mir zu schlafen, ist misogen. Stundenlang haben wir also darüber geredet, ob du attraktiv bist. Okay, dann gucken wir uns diese ganze Stunde jetzt mal an. Ich finde, sie ist eine gut aussehende junge Frau. Aber Charakter macht auch hübsch oder nicht hübsch. Attraktiv und unattraktiv. Und bei ihr ist das Problem, dass ihr, also, da knallt es charakterlich aus allen Ecken und Kanten. Das Ganze waren halt original 20 Sekunden bei Monte. Also, Monte hat gesagt, dass sie charakterlich ihm nicht gefallen würde, aber, ja, sie attraktiv sei. Also, es ist sogar ein Kompliment, wenn man es jetzt nur auf die Äußerlichkeiten bezieht. Und, ja, wenn Chuyoka sich privat auch so verhalten würde oder auch nur so ähnlich, wie sie sich im Internet verhält, dann trägt das nicht für charakterliche Stärken. Aber natürlich weiß man nie, wie ein Mensch privat ist. Kann ja sein, dass er auf YouTube nur eine Rolle spielt beziehungsweise auf Twitch und nur im Internet so ätzend ist. Also, deswegen möchte ich mir auch kein Urteil über ihren Charakter anmaßen. Schon ging das Ganze dann vielleicht eine Minute oder sowas. Und ich lasse hier auch nicht zählen, dass man sagt, Naja, komm, Tim, dir ist doch klar, dass das Umgangssprachlich halt so gesagt wird. Denn sie übertreibt hier absichtlich 20 Sekunden oder Stunden lang. Sie übertreibt bei jeder einzelnen Aussage. Die letzten siebenhalb Minuten haben das eigentlich sehr gut gezeigt. Also, ich hatte ja bei einigen Sachen gesagt, okay, das ist jetzt keine direkte Lüge, aber es war auf jeden Fall mein Vielfaches übertrieben im Gegensatz zu dem, was tatsächlich passiert ist. Riesengroßer Unterschied. Und auch das nutzt sie wieder, weil sie sich an irgendwelche kleinen Strohhalme klammert, in der Hoffnung sagen zu können, ja, guck mal, die waren hier aber in den drei Sekunden ganz doof, aber das ging doch eigentlich eine Stunde. Deswegen, ich kriege gar keine vernünftige Kritik. Also ist auch das nachweislich gelogen. Und wenn das nicht gelogen ist, wie gesagt, Shoyoka, dann gerne zerstöre mich in einem Antwortvideo. Wenn sie mit mir redet, höre ich auf, Videos über sie zu machen, aber wenn sie sich weigert, kommen noch 20 Videos. Das ist die Narrative, die da spielt. Es geht um Kontrolle. Es geht um Macht. Menschen, die reaktionieren... Ja, hat Shoyoka hier jetzt mal völlig recht. Es geht um Kontrolle und um Macht. Jetzt kann man mal schauen, welche Seite will die andere von Plattformen canceln? Welche Seite will also die Macht über die öffentliche Meinung haben? Also jetzt nicht einfach durch das bessere Argument, sondern ja, durch die Macht, die große Konzerne eben haben, wie beispielsweise Twitch oder sogar durch staatliche Institutionen. Also wir haben ja in letzter Zeit sogar gesehen, dass sich Bundestagsabgeordnete mit Shoyoka solidarisieren. Bundestagsabgeordnete der Grünen und der Linken, beziehungsweise um ganz genau zu sein, eine Bundestagsabgeordnete der Grünen und zwei Bundestagsabgeordnete der Linken hatte ich gefunden, die das gemacht haben. Wir sehen auch, wie so eine große, von dem Staat unterstützte Stiftung, wie die Amadeo-Antonio-Stiftung sich auf Shoyokas Seite stellt. Also das sind die Zustände, die wir in diesem Land haben. Und ja, sie stellen sich damit auf die Seite von jemandem, der Cancel Culture befürwortet, der andere Leute von Plattformen wegzensieren soll. Also auch viele Leute, die im Bundestag sind, gerade bei den Grünen, scheinen ein sehr großes Problem mit der Meinungsfreiheit zu haben. Content machen in der Szene, haben versucht, mich dazu zu zwingen, mit ihnen in private Gespräche zu bekommen, zu gehen, um Kontrolle und Macht über eine Frau auszuüben, an die sie sonst nicht rankommen. Und es wurde ganz klar kommuniziert, wenn ich mit ihnen privat rede, hören sie auf und wenn ich es nicht tue, dann machen sie weiter. Also wieder die Frage, was hat das damit zu tun, dass du, wenn du diesen Influencer-Beef privat regelst, also man kann Dinge nämlich auch hinter den Kulissen klären, ohne dass man das öffentlich austragen müsste. Das hat wenig mit Kontrolle zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass viele Influencer solche sinnlosen Streitigkeiten nicht wollen. Also bei KuchenTV weiß ich es jetzt nicht, also Shuyoka hat ja gerade auch keine Namen genannt, aber ja, ich hätte auch keine Lust, mich mit anderen Leuten öffentlich anzulegen und mich mit denen dann über ja größtenteils sinnlose Dinge herumzubiefen. Also Shuyoka hat diesen Streit erst auf die nächste Ebene gehoben, dadurch, dass die KuchenTV erfolgreich versucht hat zu canceln. Also er wurde ja jetzt von Twitch gepackt, er kann auf Twitch aktuell nicht mehr streamen. Also das ist ja schon ein richtig, richtig harter Angriff. Also da muss man sich nicht wundern, wenn der andere dann zurückschießt. Wenn du so eine Frau bist und ich will jetzt natürlich nicht angeben, aber ich habe bei Tinder über 700 Likes, also an Frauen mangelt es mir nicht. Na gut, wenn man die Fetten abzieht, sind es halt noch zwei, aber das passt schon. Also komme ich an Frauen wie dich ran. Okay, nein, das ist natürlich auch gelogen, alle diese 700 Likes haben deutlich besseren Charakter als du. Wenn wir doch angeblich alles aus dem Zusammenhang reißen und überall lügen oder irgendwas hinzufügen, was eine Shuyoka hier ja nachweisbar noch gar nicht gemacht hat, dann verstehe ich trotzdem nicht, warum man sich nicht einfach privat hinsetzen kann, um das Ganze zu klären. Offensichtlich sind doch dann die Fronten einfach verhärtet, man redet aneinander vorbei und um wieder eine normale Basis zu haben, könnte man doch einfach mal miteinander reden. Aber nein, dann müsste nämlich Shuyoka ihre Opferrolle verlassen, müsste nämlich dann auch Fehler zugeben, weil sie nicht einfach irgendwas aus dem Zusammenhang reißen kann und das ist natürlich das Schlimmste, was sich eine Shuyoka so vorstellen kann. Die lebt wirklich so krass in ihrer eigenen Welt, ne? Es ist unfass... Walkisten machen keine Fehler. Ja, genau, sie leben in ihrer eigenen Welt. KuchenTV hat das gerade sehr gut beschrieben. Solche Walkisten, die leben in ihrer eigenen Welt, die haben ein subjektiv-idealistisches Weltbild. Das heißt, die Welt ist erstmal so, wie ich sie sehe. Es ist alles nur aus meiner Perspektive. Es gibt keine objektive Realität. Also was in der Wahrheit passiert ist, das ist völlig egal, weil es diese objektive Wahrheit gar nicht gibt, sondern es gibt meine Perspektive. Ich bin das Opfer, ich habe Recht. So einfach machen es sich solche Walkisten tatsächlich. Passbar. Und ob Shuyoka jetzt das wirklich glaubt, also so dumm wirkt sie ehrlich gesagt nicht, dass sie diese Ideologie so inhaliert hätte, oder ob sie das als strategisches Mittel nutzt im Diskurs, um andere Leute halt zu canceln, um halt Aufmerksamkeit zu bekommen, um sich selber besser darzustellen. Das weiß man natürlich nie. Man kann hier in die Leute reingucken. Aber ja, das ist diese Ideologie, mit der diese Leute argumentieren und mit der sie versuchen, andere Leute beiseite zu drängen. Alter, aber wie ist das denn, wenn andere mit ihr nicht reden wollen? Du hast doch sogar mal in einem Chat angeboten, mit einer Person zu reden, die das da nicht wollte, oder? Es wird also nicht nur nicht gefragt, sondern auch das Angebot abgelehnt. Ja, ich werde ja auch geghostet. Ach so, ja, da ist es natürlich komplett schlimm, wenn man irgendwie geghostet wird und man möchte kein Gespräch mit ihr. Aber andersrum ist das natürlich komplett normal. Willst du noch mehr lügen? Habe ich parat. Diese Kampagne gab es, weil ich einen Computerspielpreis gewonnen habe und weil ich über J.K. Rowling und Transfeindlichkeit gesprochen habe. Es hatte überhaupt gar nichts mit den Leuten zu tun. Ja, weil J.K. Rowling sehr wahrscheinlich völlig zu Unrecht Transfeindlichkeit unterstellt wurde. Es gab zehn Videos zu meiner Person, bevor ich das erste Mal reagiert habe. Auch das ist nachweislich eine Lüge. Ich habe ein Video zu Gronkh gemacht, wo auch Shuyoka drin vorgekommen ist. Danach kamen die beiden Videos zum Parabelritter und Hogwarts Legacy. Und das vierte Video war bereits das, wo du auf Kanzlei BBS zum Thema Volksverhetzung reagiert hast. Also wo habe ich, bevor du irgendwas gesagt hast, schon zehn Videos gemacht? Das ist einfach nachweislich ebenfalls gelogen, Bro. Genauso dämlich ist diese Aussage hier. Ich glaube, es haben auch ganz viele Leute vergessen, ne? Ich glaube, es haben auch ganz viele Leute vergessen, dass die Leute, die diese Antifeminismus-Kampagne gegen mich seit Monaten fahren, teilweise selber schon über Monate, teilweise sogar über Jahre schon auf Twitch gesperrt waren wegen belästigendem Verhalten und sich aus dem herausgeklagt haben. Also das ist jetzt ein sehr interessantes, ja, ein sehr interessantes Argument. Ein, ja, amerikanischer Großkonzern, über eine Billion Dollar schwer, hat entschieden, dass diese Leute nichts zu sagen haben. Also ist das gut und richtig. Also sie benutzt hier die Entscheidung von Amazon als Autoritätsargument. Also wie autoritätshörig kann man sein? Aber in meiner Narrative haben es irgendwie ganz... Ich meine, selbst wenn der Staat Leuten verbietet, ihre freie Meinung zu sagen. Ich meine, beim Staat, da sind noch ein paar mehr Kontrollinstanzen als bei Amazon, aber selbst wenn der Staat das entscheidet, würde ich das höchst kritisch sehen. Also ich würde beispielsweise auch niemals den Verfassungsschutz als vertrauenswürdige Quelle heranziehen oder viele andere staatliche Institutionen, weil Einschränkung der Meinungsfreiheit eigentlich so gut wie nie vernünftig begründet werden können. Und hier, ja, Amazon hat das entschieden. Also ein kapitalistischer Großkonzern, der von seinen Aktionären beherrscht wird. Und ja, das ist jetzt so, das ist gut und richtig so. Also wie kann man so autoritätshörig sein? Also ja, das sind diese Burkisten immer. Ich weiß, was ihr jetzt in die Kommentare schreiben werdet, aber es kann einen echt fassungslos machen. Und wie kann man dann vor allem denken, man hätte ein Argument gemacht? Und ganz viele Leute wieder vergessen. Ja, Skoros war über Jahre gesperrt. Aber ich verstehe hier ehrlich gesagt den Punkt nicht. Er ist ja vor Gericht gegangen und wurde dann ja quasi freigesprochen. Also ein Richter hat entschieden, nein, Skoros hat nichts falsch gemacht. Also was genau ist jetzt dein Punkt? Ja, ganz einfach, weil wir in Deutschland Meinungsfreiheit haben. Weil man hier in Deutschland nicht einfach so von einer Plattform, die ja für Livestreams wahrscheinlich die wichtigste Plattform ist, gesperrt werden kann. Also so einfach geht das in Deutschland nicht. Weil wir hier zumindest größtenteils noch einen funktionierenden Rechtsstaat haben. Dass Skoros über Jahre fälschlicherweise auf Twitch gesperrt gewesen ist. Hä? Hä? Also die checkt nicht. Also selbst wenn der Richter jetzt gesagt hätte, okay Twitch darf das, selbst dann würde ich das absolut kritisieren. Also selbst dann wäre das kein vernünftiges Argument. Also nur mal um das ganz klar zu stellen. Aber hier sehen wir ja, dass der deutsche Staat zumindest teilweise die Meinungsfreiheit noch relativ gut schützt. Nicht mal was sie sagt anscheinend, denn das ist ja schlecht für Twitch und nicht für Skoros. Sie dreht sich wirklich alles so, wie sie es braucht. Aber ganz wichtig nochmal, Schöke hat noch nie gelogen und ist ja auch generell ein Toller. Das heißt, sie dreht sich es so, wie es braucht. Selbst wenn das Gericht gesagt hätte, okay Twitch darf das machen. Beispielsweise, weil er wirklich gegen die TOS verstoßen hat und Twitch halt nicht die einzige Livestreaming-Plattform ist, sondern er ja noch auf Geek und YouTube gehen kann. Selbst wenn das Gericht das gesagt hätte, wäre das kein gutes Argument. Also einfach ein Autoritätsargument. Ein großer Digitalkonzern hat das entschieden. Und deswegen ist das gut und richtig so. Das ist doch kein vernünftiges Argument. Mensch, aber warum bin ich jetzt eigentlich mysogyn? Sich über meinen Beziehungsstatus Gedanken zu machen oder mir Dating-Anfragen öffentlich zu schicken, um mich zu demütigen, ist mysogyn. Ach so, ja. Spaß nach einem Essen zu fragen. Ist so mysogyn, Alter. Unfassbar. Schuldig im Sinne der Anklage. Aber wie sieht es jetzt eigentlich aus? Gehen wir mal essen oder eher nicht so? Weil ich sah es ja wirklich. Ich habe seit Januar, seit Februar, habe ich mich immer wieder hingesetzt in meinen Stream und habe immer wieder gesagt, hier hit me with Kritik. Oh, du fragst nach Kritik. Ja, das ist echt toll. Ja, weißt du, Shoyoka? Noch besser wäre es aber gewesen, wenn du die letzten elf Monate nicht jeden weggeblockt hättest, der dir im Stream Kritik gegeben hat. Jetzt mal ohne Witz. Ich habe im Stream mal gefragt, wer von Shoyoka denn blockiert ist. Und 80 Prozent meiner Zuschauer haben gesagt, dass sie gesperrt sind. Es ist gar keiner mehr da, der dir vernünftige Kritik geben kann, weil die alle gesperrt sind. Ja, du fragst öfter mal nach Kritik, aber wenn 50.000 Leute auf deiner Blogliste sind, die dir alle schon Kritik gepostet haben, da muss man sich auch nicht wundern, wenn man da nichts mehr bekommt. Vor allem ist der Twitch-Chat doch auch nicht die richtige Möglichkeit, um dir Kritik zu geben. Die Videos hier beispielsweise sind doch viel besser, weil ich das Ganze ja vernünftig aufarbeite. Im Besten wäre vermutlich eine Debatte. Leute schreiben dann kurze Kommentare, wo sie sagen, was sie an denen nicht mögen. Du interpretierst da sowieso irgendwas Falsches rein oder kannst dich nicht an irgendwelche Sachen erinnern und sagst dann, nö, das war aber gar kein Punkt. Also wenn du auf Kritik eingehen möchtest, dann guck dir doch dieses Video hier an, denn hier habe ich so viele Lügen von dir in diesem Video drin, dass das eigentlich reichen sollte als Kritik. Ihre Reaktion würde wahrscheinlich für noch ein Video reichen. Ich weiß schon, warum sie das nicht macht. Ich habe die Beiträge ja eingeschaut. Leute sagen mir, hey, reagier doch auf... Und eventuell könnte sie ihre Zuschauer ja zum Nachdenken bringen. Und ja, das will sie auf jeden Fall verhindern. Denn wer ein bisschen nachdenkt, der schaut nicht Schuyoka. Auf die Kritik. Und ich bin halt jedes Mal so... Also der nimmt zumindest nicht ernst, was sie sagt. Also anschauen kann man sich natürlich alles, aber man sollte dann zumindest nicht annehmen, dass da irgendwas von Hand und Fuß hat. Okay. Was ist denn die Kritik? Ja, ich habe das Inscript falsch gemacht, aber keinen Bock neu aufzunehmen. Also Schuyoka, wenn du so unbedingt Kritik willst, ich gebe dir seit elf Monaten Videos, wo ich dich kritisiere. Und selbst wenn du sagst, ja okay, die Kritik ist aber nicht gut, dann kannst du ja trotzdem darauf eingehen und das Ganze einfach mal richtigstellen, oder nicht? Sollte ja dann eigentlich kein Problem sein. Was kann ich abschließend dazu sagen? Schuyoka lebt halt wirklich in ihrer komplett eigenen Welt. Sie verdreht alles komplett. Sie lügt am laufenden Band, interpretiert immer irgendwelche falschen Dinge rein und sie ist trotzdem immer noch diejenige, die sich komplett in die Opferrolle stellt. Ich komme darauf halt wirklich nicht klar. Sie ist einfach der weibliche Drachenlord. Und trotzdem bin ich für Schuyoka der Böse in dieser Geschichte. Ey, ich fass es nicht. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, okay, was soll man dazu sagen? Was KuchenTV gerade beschrieben hat, beschreibt perfekt diese woke-Ideologie. Dieses, wir teilen die Gesellschaft in Opfergruppen und die Opfer haben Recht. Die, ja, den darf man nicht widersprechen. Sonst ist man der Böse, sonst ist man ein Täter. Was soll man dazu sagen? KuchenTV hat Schuyoka komplett zerstört. Sogar das mit dieser woke-Ideologie, obwohl er es nicht mal explizit so benannt hat, hier gut aufgezeigt. Also gutes Video insgesamt. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich eine Debatte zwischen den beiden sehr begrüßen würde. Ich bezweifle aber, dass das zustande kommt. Schuyoka cancelt lieber Leute weg, die sie kritisieren. Ja, wie das wokeisten häufiger so machen. Was soll man dazu sagen? In diesem Sinne, ja, kann ich mich in diesem Beef eigentlich nur eindeutig auf eine Seite stellen, nämlich auf die Seite, die die Meinungsfreiheit nicht einschränken will. Auf die Seite KuchenTVs. Ich bin ein bisschen zufrieden. 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 Vielen Dank.